Ja hallo, ich bin's wieder, euer Matthias Bernhard Reisinger. Ich wollte euch sagen, die Situation wegen Corona und so, hat sich schon was verbessert in der Regierung. Für Menschen mit über 50% Behinderung. Diesen Artikel blende ich genau jetzt ein. Schaut euch mal das an. Hier oben steht, zum Behinderungszuschlag der Wiener Mindestsicherung. Ab 1. Mai 2020 haben Menschen mit Behinderungen, die Leistungen der Wiener Mindestsicherung beziehen, Anspruch auf den Behindertenzuschlag. Zuschlag, verstehe. Tja, in welchen Auswirkungen ist das? Man muss mindestens, für welche Leute es sind, mindestens 50% Behinderung haben. Aber den ganzen Link, was da jetzt ist, was da fehlt, werde ich alles noch dazugeben. Und das ist eine Information, die ich euch geben wollte. Einfach, weil ich mir denke, wir sitzen alle im selben Boot. Und deswegen wollte ich sagen, jo, ihr habt das Recht auch sowas zu erfahren. Euer Matthias Bernhard Reisinger. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, bleibt geschmeidig.